willkommen zurück zu der neuen folge von wie 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 wir sind hier stehen geblieben und ich frag mich wie 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 geht's hier raus denn wir sind hier in dem laborium fest und ich würde gerne raus ich bin kein star und mich heraus heute hier ist eine sandgasse cool ja und in der letzten folge ist sehr viel passiert und zwar sind wir auf der suche nach unseren members nach unseren crew nach unserer crew nach unseren ship members die sind alle woanders wir sind nicht mit uns teleportiert worden und jetzt haben wir angst und suchen sie hilfe hilfe ja ungefähr so wer letzte folge nicht gesehen hat kann sehr gerne nochmal nachschauen hier nach rechts waren wir noch nicht hier gibt es nichts aber hier nach unten rechts waren wir noch nicht hier gibt es was neues hier geht zumindest weiter hier unten ist ein teleporter moment dann gehe ich da gleich hin und hier gibt es nichts aber ich liebe diese farben nicht ich werde diesen art style von dem spiel so geil aber bevor ich da reingehe obwohl warte machen wir erstmal den teleporter ok was kann mit der musik passiert yeah wir haben den teleporter nice und jetzt ist hier ein grüner raum ich glaube wir sind hier richtig komplett richtig oh lol seht ihr das bisected spiral wir kommen auf der anderen seite raus ok will ich das nein will ich nicht ok oh gott ok müssen wir richtig teilen jetzt ok short circuit lol die sind cool aus what ach ich komme hier raus ok alles klar und zack dann jetzt nachgehen ich bin auch nur ein roboter ok ok like it was wenn ich runter falle ah ok unendlich lang hueee jetzt jetzt yes nice was cool maze with no entrance ich hab euch by the way die musik ein bisschen hochgeschraubt weil warum nicht das einzige was man von dem spiel hört und ich bin eh lauter von daher passt das as we go up we go down Ah Ich mag das Spiel echt bisher Es macht Spaß Jetzt ist die Musik irgendwie doch ein bisschen lauter als ich dachte Ne, ne, ich lasse jetzt erstmal für diese Folge Nächste Folge werde ich dann entscheiden, wie ich es machen werde Ach verdammt Man rutscht so ein bisschen wie Luigi Kann man sagen Hüah Hüah Okay Time to get serious Obey Warum steht da Obey Was hat das zu bedeuten, Spiel Wem soll ich gehorchen Wie schreie ich denn bitte rum Was ist los bei mir Okay, warte, wie mache ich das denn So Ach, und dann komme ich da runter Zack Nice Till Potter Wheeler's Wormhole Wir haben hier einen Teleporter gefunden Nice Ich würde nur gerne wissen Hab ich jetzt verkackt? Ne, warte, ich kann so machen Nice Ascending and descending Ah, also Kann ich nicht ducken? Ich kann mich nicht ducken Okay, das ist schwer Moment Hier kurz chillen, so Nein Nein, der trifft mich Okay, das ist schwer Das wird jetzt schwerer Hier Ah, kacke Genau falsch Ey, man Darf aber echt Kein Fehler machen Darfst ihm nichts erlauben Ach, schon wieder genau falsch Ach, komm Das spießt schwerer, als ich dachte Oh Gott Nein, ich hätte da oben chillen können Glaube ich Ja, hier oben kann ich chillen Okay Ich muss nach rechts Jetzt Und dann runter Nice Und dann sind wir hier Und dann zack Shockwave Rider Oh, aua Das tut weh Ah, kacke Hier ist mich aber cool Ich mag das Prinzip Ach, da muss ich auf beide achten Oh Gott Oh, nö Nein, nach unten Ah, kacke Okay Nein Nein Äh Was tut das hier Nein, 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 nein Yes, okay Shockwave Rider Ist der runter? Und dann hier hoch Nice Sweeney's Maze Oh Gott, wer ist denn Sweeney? Boo The other day I was chased down the hallway By a giant cube With the word Avoid Von it Letzends wurde ich von einem Letzends wurde ich einem Gang Einen langen Gang Von einem großen Würfel verfolgt Wo drauf stand Avoid Also Weicht das aus Die security measures go too far Ja Definitiv Gott, warte Ach, jetzt checkies Jetzt checkies Oh, oh no Okay Okay, jetzt checkies noch mehr Falls das überhaupt möglich ist Wow Mind the gap Was, das tritt Das tut mir weh Anscheinend Okay Edge Games Die only way into my private lab anymore is by teleporter I've made sure that it's difficult for unauthorized personnel to gain access Okay, durch den teleporter können wir zu nem labor Moment, ich will zurück The braun gate Nein Habe ich jetzt verkackt? Da war ein trinkel, das wollte ich haben Aber ich bin nicht drauf gekommen, dass Komm ich nochmal zurück Irgendwie To the bad cave Ähm Was Ach, Moment Das ist ein bisschen verwirrend Muss man sagen Nein, das nicht Ich bin auch ein bisschen voreilig Habe ich das Gefühl Das will make you flip Ist das so? Heya Äh, heya Heya Ah Heya Heya Twisty little passages Aua Mama mia Oh Alright Ah Gott Okay, da muss man wirklich auf alles aufpassen Was? Das geht nicht? Das kann ich mir nicht vorstellen Das muss doch irgendwie funktionieren Moment Nein Ich bin zu weit gegangen Oh Gott Hier Doch, das funktioniert Das funktioniert Und dann zack I love you Oh Warte, tun mir die Herzen weh? Ich würde das mal ausprobieren Tun mir die weh? Okay, die tun mir weh Böse Herzen Tun so auf lieb Aber sind's gar nicht Das sind Fakes Fake, Freunde Nein Ach, Crap Da muss man das richtige Timing bekommen Für Und das war natürlich nicht das Ach, Mist Darauf muss ich auch noch achten Okay Jetzt Nice Obwohl, warte Noch ist nichts vorbei Jetzt Was? Moment, was? Wie komme ich denn da durch? Okay, das verstehe ich jetzt nicht Ich stehe gerade ein bisschen auf dem Schlauch Muss ich zugeben Ach, Kacke Ach Und jetzt Das funktioniert ja nicht Oder muss ich genau am letzten Frame Ah, am letzten Frame That's why I have to kill you Weil du mich liebst? Okay Weird Das wird ein bisschen Schwerer Merke ich No Ach komm, da kannst du doch wirklich nicht nachschauen, wie das Timing ist Das finde ich ein bisschen unfair hier Nein Ach, da kann ich auch chillen Moment, da kann ich chillen Hab ich gerade gecheckt Hier, chillen Okay Jetzt Jetzt It's not easy being green Ach, das ist ein Member von uns Amin? Hey, du bist es Schief Wer die Gries Ist alles gut mit dir? Ja, ich hab versucht hier rauszukommen Aber ich bin hier ganz hell im Kreis gelaufen Ich komm vom Schiff Ich bin hier, um dich zurück zu teleportieren Sind alle, alle okay? Was ist mit Violet? Ihr geht's gut Sie ist zurück auf dem Schiff Oh, super Dann lass ihn zurückgehen Okay Come on Green dudes can't flip Was? Okay Ich steuere ihn nicht Der muss mir irgendwie folgen Komm, folge mir Ah, du bist da Murdering Twinmaker Und let's Warte Bam Level complete You have rescued a crew member Drei Fehlen noch Epic Das Ende der Teleport Moment Wir wollen erst mal gucken, wie es denn geht Hier war das nicht Okay Wir haben die Karte ziemlich Voll gemacht bisher Was cool Ich bin so froh, dass es Violet gut geht Okay Captain, du hast Verdigris gefunden Danke dir so sehr Alles gut Also entweder die sind Geschwister oder die lieben sich oder so Leider habe ich einen Krinkel verpasst Eins hätte ich jetzt noch mehr bekommen Und ich ach Moment Aber wir haben hier einen Teleporter auf dem Schiff Und ich will gucken, ob ich zurück kann Okay, jetzt bin ich hier Jetzt muss ich das sogar machen Oh Gott, jetzt muss ich das wieder machen Ach nö Ich hatte das zu Ende Ach Mist Aber ich finde es echt nicht einfach So Wir suchen noch mal Okay, ich schneide das für euch raus Ich suche noch mal Nach dem Trick So Da bin ich wieder an der Stelle Bei Edge Games Und jetzt sollen wir mal schauen, wie es funktioniert Also ich schätze mal, wir müssen hier rein und dann Hm Oder Moment 9 Nicht da hoch Dann sind wir tot Also dann sind wir komplett am Arsch Das ist schwerer als ich dachte Das ist viel schwerer als ich dachte Was? Wie soll das denn gehen? Ich muss doch direkt nach da, oder nicht? Let's go Nein, doch nicht Okay Ach kacke Ah, ihr müsst direkt nach da Irgendwie funktioniert das nicht Ha Das ist schwerer als ich dachte Ah, viel schwerer Oh Gott, wie kommt man da denn? Vielleicht müsst ihr es nachschauen Aber ich wüsste jetzt wirklich nicht, wie ich da reinkommen soll Oh, das hat geklappt, das hat geklappt Moment Ich muss genau im richtigen Timing Bei Mrs. Pac-Man vorbei Jetzt Und dann? Damit du da ein bisschen chillen kannst hier Äh, was? Lol Ach, weil ich auf beiden Seiten gerade bin Scheiße Nein, ich hab's falsch gemacht Ich hab noch nichts gewissen Das war so richtig Das war alles richtig Komplett richtig Gold richtig Oh, wir haben es fast geschafft Habt ihr es gesehen, wie knapp wir da waren Nein Nein Nein, das war so knapp. Ach, was ein Müll. Pssst, das habe ich nicht nochmal so gut. Niemals. Das war mega gut, das war fast perfekt. Nein, schon wieder. Ach, mein Gott, wie soll man das denn machen? I don't get it, was mache ich denn falsch? Sagen wir doch, was ich falsch mache, Mann. Schon wieder. Nein! Was? Ich bin doch gefallen! Bueu! Bueu! Nein! Schuss! Ich habe nachgeguckt wie anderes machen und so wie ihr es gerade gesehen habt, habe ich es dann mal gemacht und so funktioniert. Und... Yay! Oh Gott! Das ist echt nicht einfach finde ich. Ich bin komplett falsch wieder. Oh Gott. Okay. Wir sehen uns glaube ich gleich wieder, wenn ich mit der ganzen Schoße noch mal durch bin. So, da sind wir wieder zurück. Und nun... Sollten wir glaube ich... Ich habe 4 oder 5 Trinkels haben wir jetzt. Ich gucke mal ganz kurz nach. Wir haben 4. Alles klar. 4 von 20. Machen wir weiter. So, ich würde sagen als nächstes gucken wir mal unten links nach. Da habe ich Bock. Und das ist ein Checkpoint. Geh mal hier runter. Aua. Das hat weh. Okay, da ist hier ein Checkpoint. Wir sind richtig. Cool. Hier gibt es ein Checkpoint irgendwo. Den hätte ich gerne. Ach hier. Teleporter meine Story. Nice. Die Dimensionen. Vvvvvv-v so sind wir hier. Oh, ich glaube ich ist ein... Dungeon oder? Ja. Neue Dungeon. Get ready to bounce! Das heißt hier versteckt sich jemand mit unserem Team. Was? It's perfectly safe. Wow. Warum ist das safe? das nicht mehr oder wie okay ach damit kann man bei uns keep going sicher ach da und ist zack 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 single slip experiment ah was cool zack 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 nice don't flip out shuffled hallway other moment you can enter it turns out the key to stabilizing this dimension was to create a balancing force outside of it though it looks like that's just a temporary solution at best I've been working on something more permanent by the teams it's going to be too late okay ich finde ich auch alles gut ich renne einfach nur und das war's double slit experiment they call him flipper das klingt cool ich mag den humor gespielt der ist super okay das versteht nicht ganz wie ich da reinkomme ach ein bisschen warten glaube ich so nice was freeze a crowd okay zack 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 oh gott och nö och nö so was kann man mit mir nicht machen ich habe sie vorher gar nicht erkannt ich habe sie vorher gar nicht erkannt es war gut und vorne vorne exchange Sånn gis zack 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 une sine vorenex g was rum warum bei die länder g ja verstehe ich gerade einen joke nicht ist bei mir nicht neu ich würde noch sagen wir hätten hier noch eine person und dann war es für diese folge das wird eh nicht lange gehen habe ich jetzt keine ahnung warum warum bei der g free your mind we change my mind it's a single bound in direct jump vector ok kacke das sind spikes ich jetzt ein und bringt im moment jetzt nein jetzt nice ja okay weiter oh gott safety dance barony barony safety dance sicherheitstanz nein ich muss das neu machen das ist aber echt cool nein 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 okay nein achte früh ich hab mich zu früh ist das bei mir aber sie bin ich besser und sowas okay ich muss wirklich sagen normalerweise bin ich viel besser und sowas aber gerade habe ich müll muss zu geben einfach nur müll jetzt äh heidi hates exhausted ein bisschen ja extanglement generator nice wir haben den teleporter alles klar gut ich will gucken was es hier oben gibt jetzt sind wir wieder draußen aus dem dungeon raus research notes access to the control center is still possible through the main atmospheric filters da gibt's was alles klar dankeschön das ist ein trinket i need i see trinket i need i'm a simple man i see trinket i need ist ja voll einfach dahin zu kommen nice Leute wir haben unser fünftes trinket das bedeutet wir haben was freigeschaltet das schauen wir uns dann morgen morgen ja auf jeden fall in der nächsten folge an was gibt's denn hier unten the talent was tantalizing irgendwas moment tantalizing trinket das ist ein trinket was war das hier der der Bernoulli principle standing hier hoch ne ach moment zack und dann zack zack so zack zack ok das ist schwer aber für ein trinket mache ich alles für ein trinket für dich sogar äh irgendwen opfern aber nicht mich was zack 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 Oh Gott, warum habe ich ein Checkpoint aktiviert? Ich bin so dumm, jetzt kommen wir nie mehr zurück. Also theoretisch könnte ich das Spiel neu starten, dann würde ich wieder meinen Spaceship, glaube ich, ankommen, aber komm, wir haben es geschafft, easy. Ding, ding, Topsy-Turvism. Spike-Strip deployed. Dumm, bumm, 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 nice, dong, dong. Vibrating-String-Problem. Ach, die Dinger tun mir weh. Alles klar. Ja! Ach Gott. Ich kann mir einfach nach links rennen. Hm, nicht ganz. Hm, ich muss aber auf den dann warten. Okay, der in der Mitte, der nervt mich ein bisschen, aber der Rest ist okay. Der folgt mir, warum folgt der mir, das ist nicht nett. Hör auf mir zu folgen! Oh, doch, jetzt geht's. Ah, aber ich hab den letzten gekackt. Hm. Ah, jetzt. Nice! Merch! Welchen Merch? Schwaß. Kids, was? Kids his age bounce. Okay. Also, die Titel verstehe ich manchmal leider nicht. Falls ihr ihn versteht, könnt ihr es nicht gerne in den Kommentaren schreiben, welche Jogs ich nicht check. I'm sorry. Och, nö. Och, warte. Ich will gleich stehenbleiben. Ach. Nice. Please forgive me. Ach, komm, passiert. Oh nein, doch nicht! Jetzt weiß ich, warum er sorry sagt. Och, Gott. Okay. Jetzt! Nein! Ach, kacke, Mann. Hm. Okay. Jetzt hab ich verstanden. Zack. Zack. Ich bin viel zu feuerlich in dem Spiel. Nein, schon wieder zu feuerlich. Ich hasse es auch, weil ich nicht aufhören, so feucht zu sein. Oh. Okay, Jams. Playing Fußball. Okay. Aber ich glaube, wir sind jetzt gleich da. A difficult shot. Ja, okay, stimmt. Hm. Das ist echt nicht sch... Das ist echt nicht einfach. Okay, das ist sehr verwirrend, wie ich das machen soll. Oh, was soll ich das machen? Oh, was soll ich denn stehen? Aber ich... Oder? Moment. Ah. Alles klar. Ach, dann sterb ich da. Ich... Jetzt... Giants. The living dead end. Oh nein. Auch nö. Come on. Warum? Ach, das gar nichts. Ach, da müssen wir aber trotzdem lange, weil ich mich zurückbauen muss. gott nein warum tut man mir sowas an kacke jetzt mal was das habe ich noch getroffen jetzt aber nicht mal die jose also ob ich nur die worte nehmt aber gibt es nicht weiß so blue und ein captain bisher auch gefangen alles okay ich bin hier um nicht zu retten was möchte alles erklären was ich habe nichts davon verstanden naja kümmere ich nicht drum folge mir alles wird wieder gut wirklich danke für den philadelphia experiment zack der bekannte ja für das können wir noch zwei fehler leute und wenn ihr sehen wollt wie das hier weiter geht in dem spiel dann scheint beim nächsten mal wieder ein moment kappten alles gut mir geht's gut das ist das das ist hier nicht das schiff wo sind wir wo wir jetzt sind das sehen wir in der nächsten folge